Und das ist giftige bei Vorwürfen, dass die oft nicht hergegeben werden können oder wollen, weil dann der andere eine Machtposition, eine Klageposition aufgeben muss und die möchte er vielleicht behalten. Möchte er behalten, das hat strategische Vorteile, es hat aber auch massive emotionale Nachteile, weil immer vorwurfsvoll sich zu fühlen dem Partner gegenüber ist eine mühsame Angelegenheit. Deshalb finde ich eine ganz gute Idee, auch wenn derjenige, der findet, dass der andere ihm etwas angetan hat, also der vorwerfende Partner, dass der sich überlegt, Mensch, das tut mir auch nicht gut. Ich führe mal ein fruchtbares Selbstgespräch und dann werde ich doch sehen, ob ich diesen Vorwurf, ob ich den nicht so überreden kann, vielleicht mal in die zweite Reihe zu gehen.